So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO, der Backen ist immer noch geschwollen, nachher nochmal Zahnarztkontrolle, Donnerstag vielleicht Fäden ziehen, mal gucken. Das ist so räudig, hätte ich nicht gedacht. Wir sind jetzt aber bei Max Out Monday. Ich werde wieder einen Titel Pokémon raussuchen, was ich maxe. Dann werde ich wieder 5 Vorschläge von der Community maxen, insofern ich ein 100%iges davon habe und genügend XL Bonbons, ihr kennt das Prozedere. Ich habe letztens ja gesagt, macht bitte Vorschläge, macht Vorschläge. Es sind diesmal statt 15 Kommentare 35 Kommentare, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Da wird einiges dabei sein. Momentan bin ich ja auf der Suche nach dem 100% Viridium. Kleiner Zwischenstand bis jetzt. Ich bin schon bei 503 XL Bonbons, also das würde komplett ausreichen, um eins auf Level 50 zu ziehen. Ich habe aber kein 100%iges. Mein Bestes ist ein 98er. Da muss noch was her. Es ist noch ein bisschen Zeit. Donnerstag ist, glaube ich, wieder Raid Boss Wechsel. Am Mittwoch ist noch mal die Raid Mania, die Raid Stunde. Vielleicht werde ich die auch richtig ausnutzen diesmal. Also schauen wir mal. Noch bin ich guter Dinge. Aber gefühlt, ich will es auch nicht übertreiben. Man will ja nach Yannick nicht zu viel in den Po stecken und irgendwann kommt es ja vielleicht auch wieder und man macht eh noch mal und überhaupt. Wenn es kommt, dann perfekt. Dann ist das Trio im Sack. Ansonsten kein Stress, kein Stress. Heute bin ich auch ganz in Schwarz. Das ist ein seltenes Experiment, wie man sieht. Gehe jetzt mal hier drauf und habe schon was vorbereitet. Und zwar 4 Sterne und Nido. Jetzt denkt ihr, hä? Das ist ja langweilig. Nido Queen, hast du doch schon auf 50. Was ist das daneben? Nido King, hast du doch schon auf 50. Ich möchte aber heute als Titel Pokémon dieses 100% Nidoran Krypto machen. Das kann man nur zeigen hier. 100% Krypto, 17.11. Das wären wir jetzt. Wir entwickeln es erst und wir pushen es dann. So, wir packen es jetzt erstmal von Nidoran zu Nidorino und dann von Nidorino zu Nido King. Dann wird es gemaxed. Dann wird nochmal die Bewertung gezeigt und daraus kann man dann das Thumbnail ziehen. Ich bin mal gespannt, wer heute alles abgestimmt hat und ob das alles passt. Jetzt ist es eigentlich total sinnlos, dass ich ein Nidorino, äh, ein Nido King damals gemaxed habe. Wenn ich jetzt noch ein Nido King maxe, was jetzt bedeutend teurer ist, weil Kryptos sind teurer. Die brauchen auch viel mehr XL-Bombombs zum Hochziehen, als wenn du ein normales 100er hast. Normal braucht ihr 296 XL-Bombombs, um von 40 auf 50 zu kommen. Hier seht ihr jetzt, braucht ihr 360. Das sind also über 60 XL-Bombombs mehr. Der wird trotzdem jetzt gepusht auf 2902. Hat leider gerade Frustration. Da müssen wir mal warten, dass wir das wieder verlernen können. Das ist mein persönliches Titel-Pokémon für heute, da ich noch kein 100% Viridium habe. Der kriegt jetzt auch wieder den Tag. Level 50 Tag. Bitteschön. Und jetzt gehen wir mal rüber in eure Vorschläge, die ihr gemacht habt unter das letzte Video, wo wir 100% Taurus auf 50 gemaxed haben. Wir gehen bis runter. Es soll nämlich immer der Reihenfolge nachgehen. So. Jörg hat keinen Vorschlag gemacht. Dr. Sayok sagt Panikon und Kikli. Panikon und Kikli sind, glaube ich, beide schon, oder? Panikon? Ach nee, aber Panikon ist ja... Hat ja eine Weiterentwicklung noch. Ich muss es einfach mal so machen. Panikon. Hey, schreibst du das mit C oder was? Panikon. Pan... Ach, ich habe das eh vergessen. Panikon. Wir haben nämlich das auf 50. Wir haben das auf 50. Ich würde ungern jetzt in der Familie weitermachen. Ich möchte erst die ganzen Endentwicklungen fertig haben. Wir merken es uns aber mal, falls wir durchkommen und nichts Neues haben. Ich habe letztens auch extra auf Zuschauerwunsch, Kikli ist auch auf 50, ein Update-Video hochgeladen. Mit all meinen Level 50 Pokémon. Vielleicht hat er deswegen ja auch Panikon gewählt. Vor fünf Tagen. Starmie Hypotherus. Jetzt gucken wir mal nach Starmie. Starmie 2, 4. Ist noch nicht gemaxed. Können wir aber maxen auf 2.922. Das ist also der erste Vorschlag aus der Community, der genommen wurde. Fehlen noch vier. 2.922 Starmie. Level 50. 100 Prozent. Glückwunsch also an Niklasmann12. Jetzt ist wieder das Problem, dass es euch hier die Alias-Spitznamen anzeigt, aber nicht euren normalen YouTube-Namen. Wer das ändern möchte, der soll bitte mal in sein Profil gehen. Bei den Einstellungen könnt ihr euren Namen einfach nochmal bearbeiten, euren Alias und den gleichen nehmen, wie euer YouTube-Konto heißt. Denn ich weiß bei vielen Leuten jetzt einfach gar nicht mehr, wer die sind, da die hier einfach komplett anders heißen als normal. Ich erkenne nicht mal mehr Borki, wenn ich Borki sehe. So, Starmie ist gemacht. Das ist einer. Vier stehen noch aus. User JW irgendwas mit Dings, wie wäre es mit Bautz. Da haben wir das nächste Problem, ne? Kennst du gar nicht, wer das ist. Bautz ist, glaube ich, schon hier die Endentwicklung gemaxed. Hat sich dann Eulenbrille genannt. 3.100. So ziehen wir erstmal weiter. Der Zocker Impergador, Schluppleck, Mogelbaum oder Kamerub wäre geil. Impergador haben wir, glaube ich, letztens auch nochmal gezeigt, dass wir sogar ein 100% Krypto-Impergador gemaxed haben auf 3.200. Schluppleck, Mogelbaum. Schluppleck ist sogar in einer der letzten Folgen erst gemaxed worden. Daran sieht man immer, wer was guckt und wer was nicht guckt, aber hat ja immer nicht jeder Zeit alles zu gucken. Schluppleck also gemaxed. Ähm, Mogelbaum, Kamerubt. Kamerubt, Kamerubt, Kamerubt. Mogelbaum ist auch gemaxed auf 2.4. Kommt noch Kamerubt. Wird doch mit C geschrieben. Kamerubt. Aber auch auf 50 mit 2.400. Sind also alle oben. Kannst dich freuen. Nick, ich schlag Bojelin, Luminion oder Tentoxa vor. Bojelin. 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 Ist nicht auf 50. Geht aber auch nicht auf 50. Fehlen nämlich XL-Bombombs. Aber nicht mehr viel. Wenn ich jetzt alle 2.600 umwandeln würde, könnte ich nochmal 26 machen. Dann hätte ich aber 87. Ich brauche aber 96. Passt also nicht. Müssen wir also auslassen erst mal. Luminion Tentoxa. Ich gucke erst mal nach Tentoxa, weil ich möchte ja gerne immer eine Generation voll haben. Tentoxa ist auf 2.700. Also gucken wir mal nach Luminion. Luminion ist nicht gemaxed. Und hat auch keine XL-Bombombs. Schade. Dann also nix. Armer kleiner Nick. Wie wird immer schwerer? Meine Vorschläge. Formio, Magna-Yen, Geradax, Melodic oder Kamerubt. Kamerubt haben wir ja schon gesehen. Gucken wir mal nach Geradax und Melodic. Würfel mal es von hinten auf. Geradax ist gemaxed. 1.8. Melodic ist nicht gemaxed. Hat auch nur 50 XL-Bombombs. Also, puh, wir brauchen mehr Barschwa. Wir brauchen mehr Arschhaar, genau. Formio und Magna-Yen. Magna-Yen. Ich glaube, Magna-Yen hat noch niemand gewählt. Magna-Yen. Doch, ist schon auf 50. Wird also auch nix. Aber wir gucken mal nach Formio. Formio. Das Sonnenformio ist auf 50. Die anderen nicht. Zählt das jetzt als extra Pokémon wegen extra Form? Oder nicht? Hm. Wir haben schon einen Formio auf 50. Wir lassen es erst mal aus. So, gehen wir zum Kai-Uwe. Octillery Sengu. Morbites. Morbites. Gucken wir mal kurz rein. Morbites. Würde gehen. Okay. Dann haben wir Morbites auf 2735. Das ist auf jeden Fall fett. Auch eigentlich eher eines der selteneren Pokémon. Damit haben wir jetzt das zweite von euch. Bleiben immer noch drei Vorschläge übrig. Wenn ihr mir nicht verzählt habt. Wir haben ja bisher nur Stami. Genau. Stami und Morbites haben wir jetzt gehabt. Weiter, weiter. Balou. Swarones, Stami, Formio. Egal welche Form. Ordoch. Ordoch Swarones. Gucken wir jetzt mal rein. Ordoch Swarones. Ordoch. Ist schon gemaxed. Gemaxed Swarones. Ist auch gemaxed. Haben wir glaube ich auch beim letzten Mal gemacht. Miku. Duflor. Duflor Potrot. Amoroso Kabuto. Slebo Mendes. Duflor Potrot. Duflor Potrot. Duflor. Würde man natürlich erstmal nach Giflor gucken. Potrot. Potrot reicht nicht. Wären nur 270 XL. Lepo Mendes hat er gesagt. Lepo Mendes ist auf 50. Mit 2,2. Fehlen noch Amoroso und Kabutops. Amoroso. Amoroso. Wir haben hier auf jeden Fall Amoroso auf 50. Und Kabutops. Auch auf 50. Mit 3000. Noch was. Taranos. Wie wäre es mit Schlinking oder Chabelle? Habe ich keinen Hunder. Da brauche ich gar nicht nachgucken. User WZ. Burmi, Waumball oder Mangunior? Burmi, Waumball, Mangunior. Burmi, du bist der Beste. Wieso, wenn ich Burmi eingebe? Achso, Burmi mit Y. Hä? Bur, Mi jetzt. Burmi. Wir gucken mal hier so rein. Hammer. Auf jeden Fall. Nicht. Gemaxt. Wir können aber auch nur 31 Bombs umwandeln. Was nicht reichen würde. Das heißt, alle anderen fliegen auch raus. Hä? Diese doofe Burmi-Familie ist nicht voll. Wie geht das denn? Das ist aber ärgerlich. Weiter Burmi. Waumball, Mangunior, Waumball, Waumball wäre Elf. Fuhn ist auf 50 und Mangunior, es wäre dann Manguspektor, ist gemaxed auf 2,4. Kai, Flabebe, Anego, Chabelle, Mosquito, Voldriant, Karguron, Katagami, Schlinging, Kabukime, Kabukime, Riki, Kabutoro, Kabufalla. Also, die ganzen Kabus habe ich nicht auf 100, die ganzen Ultrabästien habe ich keine auf 100. Alles, was noch nicht shiny da war, raide ich auch nicht wirklich, deswegen muss ich warten, bis das zurückkommt, bleibt nur noch Flabebe übrig. Gucken wir mal bei Flabebe rein. Flabebe, haben wir Florgis auf 50, 3600. Weiter, Mr. Hassini. Wohin genau? Icognito, Mollimorba. Wohingenau, Icognito, Mollimorba. Icognito können wir euch zeigen, das war auch mal ein Titel-Pokémon, ist auf 50. Mollimorba. Haben wir ja gerade das Mobi-Test gemacht. Fehlt also noch. Wohingenau. Wo? Wohingenau. Reichen die XL nicht? Wären nur 250 ungefähr. Waren aber 296. Also, wohingenau passt leider auch nicht. Spezial vielleicht Krypto-Schein-Nuchs. Ich habe keine 100% Krypto-Schein-Nuchs, also kann ich leider nicht machen. Meine Vorschläge. Motorbel, Swarones und Cesurio. Motorbel. Haben wir geguckt, glaube ich. Swarones haben wir auf jeden Fall geguckt. Motorbel, Motorbel, Motorbel. Von der Bummi-Familie war nichts übrig. Cesario. Cesario. Hä, warum schreibt man denn den? Was ist das denn für ein Zah-E? Zah-E? Achso, ja, ist klar. Ich habe keinen 100% Cesario. Deswegen taucht der da auch nicht auf, wenn ich das eingebe. Luca 3D-Fische, Stravigl-Jorklef. Oder ein Lucky. Stravigl-Jorklef. Stravigl wäre Matrifol. Passen die XL leider nicht. Stravigl-Jorklef. Haben wir schon ein Bisbark gemaxed. Ja, Bisbark haben wir gemaxed. Oder ein Lucky. Das ist mir zu ungenau. Da müsste ich ja schon wieder. Oder damit es weitergeht. Und? Glücks. Und jetzt wieder durchschauen. 50, 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 hier. Kein 50. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Kein 50. Aber da reichen die XL leider nicht aus. So, 50, 50, 50. Da haben wir keinen XL. Der muss erst in Rates kommen. Da haben wir keine XL. Da haben wir keine XL. Da brauchen wir auch erst mal Rates. Das heißt, ein Lucky 100er geht auch nicht. Fertig. Ein Ommot. Ommot? Olli? Olli und das Ommot? Haben wir nicht letztens erst Ommot gemacht? Wir haben schon ein Krypto-Ommot. 100 Prozent auf 50. Okay. Passt. Schnurrgars oder wie das heißt. Jetzt gucke ich ganz kurz. Schnurrgars. Das war der Borge jetzt. Schnurrgars. Hä? Mit S und H. Mit. S, H natürlich. S, H. Nicht Sch. Sondern. Ist aber auch auf 50 schon. Schnurrgars. Genau. So. Schnurrgars. Keine Ahnung, wieso mein. Bei meinem Nabras-Kommentar der Benutzernahme so komisch angezeigt wurde. Ich bin Borki. Wegen dem komischen Alias, den man sich gegeben hat. Wie gesagt, du kannst ihn ja gerne umändern wieder auf Borki. In deinen Einstellungen. Bei Google oder so. Über die YouTube-App. In der YouTube-App. Ich weiß nicht wo genau. Sichler 100 Prozent. Ist mein Lieblings-Pokémon. Weiß ich schon, dass wir Sherox gemaxed haben. Also da brauche ich auch nicht nachgucken. Vincent. Ich schlage Klavion, Cessurion und Calamaneiro vor. Klavion, Calamaneiro. Klavion, Calamaneiro. Klavion dürfte ich keine XL haben. Nö, hab ich einen. Calamaneiro ist schon gemaxed. Auf 2,6. So. Mein Ghost. Pichu, Latias oder Vylord? Latias. Oh mein Gott. Das ist ja leicht. Guck mal. Latias. Fertig. 4,3. Hier Latias. Ne, das ist ja Latias. Latias 3,9. Latias. 4,3. Das passt. Pichu. Das war das dritte. Vylord. Haben wir Vylord gemaxed. Vylord. Ja, Vylord ist auch gemaxed. Pichu. Da haben wir schon ein Raichu gemaxed. Das muss erstmal reichen für die Familie. Ansonsten, ohne Recherche, ob es schon auf 50 ist, mein Vorschlag Pandifrost. Pandifrost habe ich sogar eins auf 50. Ist aber kein Hunderter. Pichu lasse ich, wie gesagt, erstmal weg, weil wir die Endentwicklung schon gemaxed haben. Zwollog oder Keufwaff? Das wird immer brutaler. Keufwaff. Keufwaff. Keufwaff ist gemaxed. Zwollog, aber bestimmt keine XL, oder? Zwollog. Fehlen die XL? Haben wir keine. Können wir nicht maxen. Alexander Ahringer, Max, ein Mogelbaum. Haben wir schon. Benjamin. Wird langsam echt schwer. Alpollo, Shadrago, Golgandes vor. Alpollo. Wir haben schon Ganker gemaxed. Shadrago habe ich keinen Hunderter. Ich habe bei Shadrago keine Raids gemacht. Ich habe auf dem kleinen mir aus 20 Raids einen Shiny bekommen. Habe mir das rübergetauscht. Das passt. Wir gucken mal nach Golgandes. Golgandes. Golgandes geht. Wow. Wir können Golgandes maxen. Auf 3226. Dann kriegt er nämlich auch hier den Level 50 Badge dran. So, Golgandes. Level 50. 100%. Ich glaube, ich werde zum Ende hier dann eine kleine Spezialansage machen. Für die nächsten Folgen. Weil das kann so nicht weitergehen. Das geht sonst alles immer viel zu lang. Wir haben jetzt drei gemaxed von euch. Es sind immer noch zwei übrig. Ich würde gerne Vipides oder Krypto Dragoran bzw. Brutalanda. Tja, Dragoran, Brutalanda habe ich auf 100. Krypto 100 habe ich nicht. Guck mal also nach. Jetzt habe ich es vergessen. Vipides. Das wollte glaube ich die Genaya auch mal. Habe ich auch nur 8 XL Bonbons. Geht nicht. Lucy Pigger. Shinooks sagt Shinooks. Oder Galabafloss. Oder Flabderix. Shinooks, also Luxtra, ist schon gemaxed. Galabafloss oder Flabderix. Gucken wir mal kurz nach. Aber da weiß ich jetzt schon, dass da auch keine XL da sind. Galabafloss. Wieso zeigt es mir hier ein? Achso, ich habe nur eins. Hm. Ich habe keinen Branawarz auf 100. Galabafloss, Flabderix. Da sind auf jeden Fall auch keine XL da. Hallo, Flab, Aeropterix, Flabderix. Zu wenig XL. Was hat er sonst noch geschrieben? Perlu. Somniam, Shadrago, Spoink. Perlu. Haben wir Saganabis. Halabis, Perlu, aber keine XL. Spoink. Haben wir Kronk gehabt. Kronk ist auf 50. Somniam hat er noch geschrieben. Hm, Somniam haben wir letztens, glaube ich, auch was gehabt. Somnivora ist auch auf 50. Ich hoffe, da geht was. Leider nicht. Jetzt Paladin Argus. Meine Vorschläge. Eboli-Familie soll auch voll werden. Hm. Da muss ich dich leider auch enttäuschen. Hier ist die Eboli-Familie. Und wir haben Psiana auf 50. Wir haben Glaziola auf 50. Aquana, Felinara, Flamara, Folipurba, Blitzan. Nach Tara und Eboli sogar selber. Also die sind, die sind alle auf 50. Wulpix oder Macholo. Wulnona haben wir letztens erst gemacht. Machomai, habe ich schon lange. Also weiter. Mein Vorschlag wäre ein Libeldra. Libeldra. Gucken wir mal auf Libeldra. Libeldra. Ist auch auf 50. Goldking, Stami. Goldking muss ich gucken. Stami haben wir heute gehabt. Goldking. Goldking geht. Hey. Das war Jochen, oder? Der Terrorzwerg. 2444. Goldking kriegt hier den Level 50. Badge. Tag. Dran. Wie auch immer. Das heißt, es ist noch ein Vorschlag übrig. Ich drehe gleich durch. Rosanna, Sonnflora. Madu. Ja, das andere war Jochen. Rosanna, Sonnflora. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen erst mal auf Sonnflora. Ah, Sonnflora mit 2511 wird gemaxed. Wir sind fertig. Oh mein Gott. Wir sind fertig. 2421. Sonnflora gemaxed. Kriegt ein Tag dran. Level 50. Das passt. Das muss es sein. Es ist unglaublich, wie schlimm es ist. Wie brutal. Sonst steht hier noch, wohin genau was? Delga, Potrott, Bodo Gale, Panzer Aeron. Miku hat Vorschläge gemacht. Blankdon, Hannes hat auch was geschrieben. Also wir sind fast am Ende gewesen. Und wenn wir fast am Ende sind, heißt das natürlich, dass wir dann von unten durchgegangen wären und hätten nicht auf die Endentwicklungen geguckt. Sondern wir hätten die Vorstufen gemacht. Da die Folge jetzt aber schon wieder 22 Minuten geht. Und ihr seht, es wird immer schlimmer und dauert immer länger. Würde ich jetzt die Riegel brechen mit, dass wir zuerst Endentwicklungen machen. Sondern wir mixen ab jetzt, beim nächsten Mal, einfach ganze Familien. Das heißt, der Nächste, der ankommt und sagt zum Beispiel Sonnflora. Und ich sage, Sonnflora habe ich. Dann überspringe ich den nicht. Sondern würde dann Sonnenkern maxen, sofern es möglich ist. Sodass wir wirklich die Familien dann alle voll haben und alle voll kriegen. Dann geht es nicht nach einzelnen Pokémon, wo das Endstück fertig ist. Sondern es geht wirklich direkt nach einzelnen Pokémon danach. Vorrangig immer noch die Endstufe. Aber wenn die schon ist, dann wird gleich die Vorstufe gemaxed. Ich glaube, so bringt man nochmal frischen Schwung in die Bude. Sodass, wenn ihr gesehen habt jetzt, oh, da sind viele übrig. Und der hat die Endstufe. Ich schlage einfach die Vorstufe vor. So wäre dann vielleicht auch Alpollo oder Maschok und so Zeugs sinnvolle Vorschläge, die man machen kann. So, sonst war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Und heute Abend gibt es dann wieder Chill mit Ramses. Genau. Ciao.